So, es geht los mit Hotel Ciauna. Das Team hat sich getroffen. Hotel Ciauna. Ich bin schon ganz begeistert. Ich bin ganz aufgeregt, wer zu Gast kommt. Was passiert in dem Hotel? Das sind Fragen, die niemand beantworten kann. Wir fangen mit der Ciauna an, meine Lieben. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt. Stehgreif ist eine spannende Sache. Es wird sich jeden Tag ändern. Und ich freu mich, die alle freuen uns. Hurra! Endlich geht's los!